Auch nicht auf österreichischer Ebene, auch wenn man in Betracht sieht, dass im Bundesrat beschlossen wurde, dass sowohl das Erneuerbare-Ausbau-Gesetz kommt, als auch die Ökosoziale-Steuer-Reform noch ganz kurz zur Erklärung, das Erneuerbare-Ausbau-Gesetz, das war die Klimaneutralität Österreich bis ins Jahr 2003. Auch nicht auf österreichischer Ebene, auch wenn man in Betracht sieht, dass im Bundesrat beschlossen wurde, dass sowohl das Erneuerbare-Ausbau-Gesetz kommt, als auch die Ökosoziale-Steuer-Reform noch ganz kurz zur Erklärung, das Erneuerbare-Ausbau-Gesetz, das war die Klimaneutralität Österreich.